508 okay aber ich hätte ihn schaffen können ich bin auch das ärgert mich gerade ein bisschen jetzt greife ich nicht wieder an ich bin gerade her gekommen natürlich steht da noch einer da drüben liegt mein rucksack verdient das ärgert mich gerade schon ein wenig das war so knapp manno ich hätte probieren ihn zu fangen ich hätte ihn einfach töten im ersten try oder first try whatever so ich muss meine rüstung reparieren sekunde bitte da das ist okay warum hat er denn die rüstung angezogen ist ja das ist ja doof er soll die feldrüstung anziehen verteidigung 45 jahre es gibt ja nicht schon eine bessere aber ist egal so nachher probieren wir erstmal die anderen boss in 23 obwohl wir hätten den wir hätten ihn bestimmt geschafft das ein bisschen besser gespielt das ärgert mich das ärgert mich wirklich habe ich irgendwas zum essen ihn brauchen wir jetzt gleich also müssen wir die kamera nicht nutzen da lang dahin musste der boss irgendwo sein ach das ärgert mich ach manno dann machen wir erstmal den bevor wir zum nächsten rennen war ich level ab ja weiter auf ausdauer bitte mindestens 300 ausdauern danach gehe ich alles anderen in die richtung leben wo du hast auch nicht ein bisschen ja du hast bist ja voll das gut du bist voll das ist gut so kummer ich bin doch drüber gesprungen guck mal ob da das haben wir 129 ja ja das habe ich gesagt ich möchte jetzt bosse machen und versuchen sie zu töten ja habe ich aber das passiert muss ich nicht egal wird weiter gerne geht's ja gut natürlich sind sie auch noch wölfe wenn du sie tötest hast du noch essen sage ich doch ach manno das ist ärgerlich wo bekommen ich muss ein bisschen mal leveln ok ich glaube pfeil und bogen weiß ich nicht wisst ihr was das letzte auf was ich mich jetzt wirklich konzentriere erstmal dings die wölfe zu töten hier haben die ist gerade kein leder gedroppt das ist ja ärgerlich gut dann machen wir jetzt mal ein bisschen wölfe und dann ist das so nebenbei gucken ob wir mal gucken wir ob wir ob wir essen bekommen damit wir noch unsere anderen füttern können ich weiß nicht ob du leder droppst das ist mein problem müsste ich mal ausdrucken super super wer droppt mir denn noch alles leder das würde mich tatsächlich interessieren du bist oder ihr seid mir egal ein dann das würde ich noch nicht mehr einfach vernichten. Wir sollten das nicht tun. Und ich hab leider erst sechs. Da liegt noch eine Munitionskiste. Ich brauche mir was, was ich benötige. Ach, Pistolenmunition. Okay. Boah, warte mal. Die sind ja echt tot, ne? Komm, probieren wir. Egal. Bekämpfen die sich gegenseitig? Tatsache. Mann, gib mir ein bisschen Glück. Komm. Ein bisschen Glück muss ich haben. Komm, zieh durch. Nein. Komm, jetzt gib mir ein bisschen Glück. Nein, das ist gestorben. Ja, komm, zieh durch. Bitte, 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 bitte. Nein. Ja. 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 Äh, Tornado. Mann, zieh doch durch. Egal. Ja, Dings hätte vielleicht mehr. Oh, sieben Leder. Let's go. Das ist schön. Haben wir jetzt 14, dann haben wir jetzt 20 Leder. Okay, naja, immerhin haben wir das. Gut, immerhin haben wir das. Aber bevor ich jetzt mal mehr drauf schieße, mehr meine Munition verballere, hätte ich keinen Sinn drin gesehen. Ist ja nur ärgerlich für mich gewesen. Naja. Haben wir jetzt wenigstens meine Leder voll. Bin ich doch ganz happy. Warum? Oh, falsches Ding, soll dich einsetzen. Das ist ein Stein. Ups. Ja, macht ihr mal. Ihr seid gerade egal. Ich muss da vorne hin. Ich will mein Dings doch schnell craften. Die Ausrüstung nehme ich für Dings. Für Digi. Digi Toy. Digi Toy. So, da hinten. Angenehm. So, wir haben meine Leder. Äh, da war das, ne? Und dann... Dieser... Kann ich noch nicht? Doch, da. So, ich brauche mal eben Hilfe. Das hier wird im Dauern. Deswegen wäre cool, wenn ihr eine Hilfe ist. Dann geht das nämlich relativ fix. Ah, ich bin... Ne, ich bin nicht der Blatt. Das war Dings. Okay. Und gut, dann brauche ich aber noch einen Whirlpool, ne? Das heißt, ich muss diese Flaschen noch mal ein paar Mal finden. Ach, D-Dream. Du bist schon so eine, ne? Hm. Sehr schön. Wie lange wir hier machen, kann ich mal ganz kurz was nachgucken, tatsächlich. Machen wir das doch einfach mal. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da wollte ich ihn... Wo bist du hin? Kommst du mal wieder her? Keiner hat dir erlaubt, dir wegzugehen. Wie frech. Ja, ja, ja. Boah, stark. Ohne Witz, Power, wird es momentan das Spiel auf meinem Kanal, was mich gerade ein bisschen... Oh, ein bisschen pusht. Oh, lol. Mega. Ballwart ist gerade das Spiel auf meinem Kanal, was gerade momentan ziemlich hart mein Kanal pusht nach oben. Boah, ich bin... Ich bin happy. Ich bin happy. So. Na ja, komm, mach mal, ich stelle das ja noch fertig. Stimmt, wir müssen noch... Dann müssen wir uns das nächste Mal überlegen oder das nächste Mal diesen Worldtool noch bauen. Nein, es wird gerade dunkel, ey. Floppy, du musst dir aber helfen, bis das hier fertig ist, ne? Hallo, wo willst du schon wieder... Ach, das ist doch schon wieder eine Frechheit. Dann ziehen wir alleine weiter. Dann machen wir alleine weiter. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Ah, guck mal, Daisy kommt wieder. Sehr schön. Das ist natürlich sehr angenehm. So, ziehen wir jetzt doch eben durch hier. Machen wir das? Cool, danke schön. Oh, mal fertig. Digit durchs Stirnband. Jetzt gehen wir nochmal zur Farm zurück. Finde mal, ich bin gespannt, wie viel wir haben. Davor gehen wir schlafen. Hoppala. Hallo. So, wo ist das Bettchen? Da hinten. Genau, erst mal schlafen. So, guten Morgen. Guten Morgen. So, dann geht's jetzt tatsächlich nochmal... Wollen wir den noch... Nein, machen wir jetzt nicht mehr. Dafür habe ich leider nicht mehr so viel Zeit. Boah, das sieht echt leer aus. Guten Morgen. Und die legen sich wieder los. Aber es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt Stürmern anhabe oder nicht, oder? Irgendwie macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Drei? Jo, ich lasse hier alles hier liegen. Ist das meiste jetzt einfach die Spawn, weil die nicht mehr hinterherkommen, oder? Ah. Ne, der wird 180. Ja, stabil. Sind die jetzt alle da hinten? Alle hier an dem einen? Ist hier aber nur zwei. Ah, ne. Ja, oh. Oh, da sind es ein paar. So, das rein. No, no, ordentlich. Die haben halt die ganze Zeit Hunger, ne? Geht leer, wie es schon bei ihr. Ja, das ist... Was ist bei dir los? Keine Pause hier machen? Ja. Boah, das ist ordentlich. Okay, das sieht wirklich sick aus. Das ist wirklich mega. Kann ich jetzt einfach mal irgendwo auf Kali oben hinstellen? Oder so mal so für eine Stunde oder so? Was machst du eigentlich hier oben? Hier so und einfach hier so zugucken. So, arbeitet härter und schneller. Das ist wirklich ordentlich. Erstmal ganz gut strecken. Hm, das ist sehr schön. Auch wenn ich manchmal die ganze Zeit in diesen Dings hier ausmachen. Manchmal stört das so. Technologie. Was haben wir eigentlich schon mit Level 24? Was kann man jetzt machen? In zwei Level können wir eine Pistole freischalten. Uh. Schmackotastisch. Metallhelm. Ein Helm aus Metall. Hält deine Gedanken verlässlich am Ende. Halsband für Daisy. Einmöglich, Daisy, wenn du so ein Team bist, durchgehend draußen bleiben. Wir werden Schutzhilfe zu. Uh. Das hört sich auch nicht schlecht an. Metallhelm und das. Lagbare Laterne. Damit ich immer Licht habe wahrscheinlich. Ja, gut. Hier geht es eh nicht so, dass wir alles hier so ablaufen. Also von daher passt das. So, acht Punkte. Theoretisch wieder. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir lassen das einfach mal. Ähm, Metall. Okay. 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 Dafür brauchen wir dann später Elektrizität. Und vieles haben wir noch sogar noch gar nicht. Mhm. 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 Ja, ist doch ganz cool. Bisher ist doch ganz nett. Hier wird fleißig gearbeitet. Ein Peil schläft. Ja, ist okay. Oh, hier wird aber... Hier wird fleißig gearbeitet. Naja. So, 85 sind wir hier drin. Oh mein Gott. Alles klar. Let's go. Na dann. Tschüssi, ne? Haben wir nicht jetzt hier auch einige drin? 59. Also Metallbahn haben wir jetzt erstmal ein bisschen ausgesorgt. Ich meine, ich denke nicht, dass wir es für immer erstmal haben, aber wir haben erstmal ein bisschen was. Hier kann man auch schon wieder 44 herstellen. Ja gut. Das ist sick. Minderwertige Munition. Ah. Ja, wusste ich schon. Ähm. Metallrüstung? Okay. Das könnten wir uns auch mal überlegen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen bessere Ausrüstung. Aber ich will tatsächlich Kälte erstmal haben. Hier, Kälteresistenz und so weiter. Weil ich sag, Metall könnten wir eigentlich auch schon machen. Brauchen wir eigentlich nur 4 und 5 Stoff. Stoff ist jetzt nicht das Problem herzustellen tatsächlich. Das war glaube ich hier, ne? 1, 2, 3, 5. Äh, die sind mir egal. Da unten ist zum Beispiel ein Wolf. Haben wir schon mal einen. Für uns noch 3. Dann fehlt uns tatsächlich noch, äh, 2 oder so. Haben die eigentlich Dings gedroppt? Ist die frage ich mich gerade. Muss ich mal ganz kurz probieren. Sekunde bitte. Wow, warum ich schnudig jetzt ein? Einfach gewonnen, Schatte. Lol. So. Was hast du gedroppt? Knochen. Ja gut, okay. Knochen baue ich jetzt nicht allzu viel. Äh, kein Leder. Schade. Schade, 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 schade. Vielleicht sind ja unten ja noch was. Mal nachgucken. Da ist noch ein Lüftmunk. Sollte ich mir mal merken. Ich merke, dass ich müde werde und weniger rede. Das ist echt sad. Aber ich will das jetzt auch schon fertig machen. Bis noch. Und dann gehe ich. Okay. Alles klar. Also dann gehe ich noch ein bisschen, zwei Runden Lieg spielen und dann gehe ich schlafen. Hm. Wieso sind hier keine Dings? Ich kann die ganz gerne auch nochmal diese beiden Dings kloppen. Die haben echt viel gebracht. Ich meine, sieben Leder? Oh. Aber ist das nice? Ist wirklich nice. Thomas braucht ein Päuschen. Er soll ein Päuschen machen. So. Dann haben wir wieder ein paar, haben wir wieder zwei. Oh mein Gott, guck mal, meine, meine Pärchen gehen langsam alle. Dich brauche ich nicht. Euch eigentlich auch nicht, aber... Bleib mal an. Jupp. Oh, oh, der fliegt einfach mal runter. Nett. 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 So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Gucken, ob ich hier oben noch irgendwas finde. Äh. Da muss eine Kiste, eine weiße. Die hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht, oder? Ja, äh, nice. Also, nice. Da ist Kohle. Die brauche ich für Dings. Munitioner. Ist davon auch eine Quelle, die ich vielleicht, äh, jetzt automatische Erzform nutzen oder Kohlenform nutzen kann? Ich weiß nicht, Steinkohle ist das ja. Wow, erstmal zwei Mal daneben, hauen. Stark. Fünfzig, fünfzig, okay. Jo, die kloppen sich. Wenn wir hier kurz wieder schillen. Ich glaube, die mögen sich einfach gegenseitig nicht. Ich meine, wir können sich nochmal probieren, eins zu farmen, aber ich brauche das Leder tatsächlich. Also, bevorzuge ich doch lieber gerade das Leder. Kloppt euch mal lauten weiter, bitte. Ich meine, die Erfahrungspunkte sind mir gerade völlig egal, was ich da bekomme. Ich will das Leder haben. Oh, der Wirbel ist auch stark, muss ich sagen. Hier, der Wirbel, den sie ab und zu mal machen. Diese Früchte muss ich auch mal wieder sammeln. Uff. Können wir mal weiter kloppen? Komm, mach nochmal was. Null Prozent. Probieren wir es mal, ne? Haben wir nichts zu verlieren. Oh, wir haben noch zwei. Nein, nicht töten. Na, schade. Wow. Okay. Okay. Oh. Jo, acht Leder nehme ich auch mit. Sechs Paar Löd. Jo, schmeckt. Gut, dann haben wir das auch. Da kann man sich doch schnell die Ausrüstung craften. Dann haben wir das auch heute auch erledigt. Ja, nice. Wir sind wieder ein bisschen stärker geworden. Unsere Base hat sich ein bisschen vergrößert, ein bisschen verschönert. Und wir haben die Ausrüstung für die Digitoris und die Digitoris-Hammer. Wow, ich habe doch mal wirklich viel, viel, viel wieder geschafft. Was bekommt man jetzt hier noch raus? Warte. Oh, wir haben jetzt hier noch irgendwas Geiles rausbekommen. Das wäre ein Träumchen. Lunaris. Schaut mal an den... Die Augen gelangt, wenn man schnell unter dessen Kontrolle findet. Dann haben wir einen Lularis, der hat einen Verkennen, der hängt schon an den Sanken. Lunaris? Äh, wo ist das denn? Erstmal wieder suchen. Da wann habe ich dich denn? Äh, wo ist es hin? Da. Hä? Achso, wer bist du denn? Dich, äh, kenne ich ja auch noch nicht. Was machst du? Für was bist du gut? Handwerk. Ja, nice. Aber ich suche Lunaris. Wo ist sie? Ich habe sogar schon ein Dinosaurier. Woher auch immer? So ist es schon wieder nicht. Da. Äh, Handwerk Level 3. Ja, nett. Hallo Lunaris. Ja, du bist ja eine. So. Mhm. Ist aber leider... Ist leider... Ist leider... Okay. Handwerk Level 3. Das hört sich doch ganz gut an. Ja, doch. Das hört sich wirklich ganz gut an. Wie viel habe ich denn jetzt auf Tasche? 21. Ich muss wirklich nochmal hier hinten die mitnehmen. So, damit ich mir jetzt die Ausrüstung noch schnell herstellen kann. So. Und das. Dann ist das hier. Kälteres Händler. Ne, ich wollte Metallrostrüstung. Nice. Dann haben wir wieder was besseres. Und stimmt, sie kommt mir jetzt helfen, weil sie Stufe 3 ist. Oh, das wird jetzt... Das wird nicht mehr so lange dauern. Hm, ein Träumchen. Ein Träumchen. Oh, ein Träumchen. Oh, okay. Das ist wirklich gut. Okay, wenigstens... Äh. Also, wir haben wirklich heute sehr viel wieder geschafft. Ein Fortschritt ist da. Ich danke dir. So, wie sieht denn die neue Rüstung aus? Ja, doch. Sieht um einiges stärker aus. Und wir sind auch wieder ein bisschen kräftiger geworden. Auch 13. Ja gut, hier muss ich mal wirklich reinstecken. Verteidig sind aber auch 185 mittlerweile. Ja, das sieht echt gut aus. Nice, nice, nice. Dann verstauen wir das nächste wieder. Das andere. Die werden wir jetzt noch behalten, tatsächlich. Da werden wir jetzt nicht mehr... Äh, die werden wir... Ja, die werden wir behalten. So, wir müssen echt mal einen Kühlschrank bauen. Aber ich würde es mir wünschen, würden die den Kühlschrank einfach noch länger halten, tatsächlich. Wo packt ihr jetzt eigentlich die ganzen Sphären rein? Ich habe ja mega viele verbraucht schon. Äh, da müssen eigentlich mega viele schon gedroppt worden sein. Wo sind denn die alle? Äh, hier nicht. Äh, 50. Hier auch nicht. Nur so wenig? Okay, naja, egal. So. Haben wir trotzdem... Wo willst du hin? Sagen Sie mal. Ach so, ich muss ja erst... Ich muss ja minderwertige Munition herstellen, ne? Stimmt. Ich habe trotzdem nur einen. Obwohl ich schon 80... Was fehlt mir? Holzkohle. Ich habe doch Holzkohle. Wo kann ich Holzkohle reinmachen? Muss ich die wirklich erst hier irgendwo in den Ofen reinmachen, bevor ich irgendwas habe... Ja, muss ich. Na klar. Ach lol. Okay. Ich dachte, das ist jetzt hier so ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, okay, gut. Wo ist Foxy schon wieder? Ich habe die glaube ich gerade raus. Ne, da ist Foxy. Foxy, wo willst du hin? Mann. Okay, die lasse ich drin. Was bist du? Du bist eigentlich... Ne, komm, dich nehme ich jetzt raus. Dafür mache ich jemand anderes rein. Na Foxy, ich... Ne, ich glaube jetzt keiner besser Feuerrad Stufe 2 als... Ne, ich habe glaube ich nur Stufe 1. Naja, ist, ist okay. Ist, ist okay. Nein, nicht sie. Doch nicht sie. Wir wollen jetzt raus machen. Da. So, du machst das. Du bist fleißig und du bist fleißig. Naja, dann arbeitet ja jetzt jeder hier. Sehr schön. So, wir gehen hoch auf unseren Posten. In 2019 kommt jetzt keiner mehr rein. Ist abgeschlossen. Auch nicht hier, wenn ihr es euch überlegt. So. Und die oben kommt da ähnlich hin. Außer ihr könnt fliegen. Dann vielleicht. Ja, meine Freunde, ne. Wir haben heute wieder um einiges... Wir haben heute wieder einiges erreicht. Ähm. Ja. Weit gekommen. Ich habe alle meine Aufgaben heute erledigen wollen. Wir haben Digitoy bekommen. Also Dicktoy. Wir haben den Sattel bekommen. Wir haben ein neues Pearl bekommen. Ein sehr, sehr starkes Pearl, was Handwerkschufe 3 hat. Ähm. Ja, die da hinten. Ich habe den Namen später vergessen. Lunaris. Genau. Dann... Wir haben eine Metallausrüstung. Wir haben die Flinte heute bekommen. Also wir haben eigentlich heute sehr... Wir haben heute mehr geschafft, als ich eigentlich wollte. Wir haben heute definitiv mehr geschafft, als ich eigentlich wollte. Und ich bin richtig happy. Wir haben auch großen, großen Fortschritt gemacht. Wir haben einige Digtoys auch an der Farm eingesetzt. Wir haben schon super viel Metall dadurch bekommen. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich muss echt die Folgen mal rendern. Ich habe so viel Rohmaterial. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach so. So wollte ich jetzt machen. Das Haus ist auch eigentlich soweit fertig. Ich bin noch nicht ganz sofrieden damit. Ich hoffe, die Borden noch ein bisschen was an dem Bildungs... Bild... Bildungs... Bildungssystem, genau. Beidling System. Dazu. Äh. Machen wir noch was dazu? Und ja. Sonst bin ich eigentlich heute ganz sofrieden mit der Folge. Wir sind sehr, sehr viel weit gekommen. Wir haben sehr viel erreicht. Sehr viel gemacht. Alles auf der Agenda haben wir geschafft. Wir waren auch schon in neuen Gebieten. Hier hinten. Wir haben Anubis gefunden. Wir haben hinten den Level 18 der Boss gemacht. Gut, der Boss hier war leider... Der eine Level 30 war sehr ärgerlich hier. 31, dass ich den nicht geschafft habe. Nichtsdestotrotz machen wir ihn einfach beim nächsten Mal. In dem nächsten Stream würde ich mich versuchen, so den Boss zu machen, den Boss zu machen und den Boss zu machen. Und gegebenenfalls hier noch den Dings holen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Genau. Und weiterkommen. Das war... Mal gucken, dass wir am richtigen 30 kommen. Und weiter an der Base bauen. So wie noch vieles, vieles, vieles mehr. Ja. Dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hattest heute wieder sehr viel Spaß dabei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, du kommentierst oder ein Like lässt. Das hilft nicht nur mir, das lässt uns als Community wachsen und hilft natürlich dem Algorithmus sehr. Ja. Sonst, falls du mal Lust hast, mit dem Twitch dabei zu sein, weil alles, was ich jetzt gerade hier bei Polvert mache, ist auch live auf Twitch. Falls du da mal Lust hast, vorbeizuschauen, würde es mich mal freuen, wenn du in der Videobeschreibung, bitte in der Kanalbeschreibung vorbeischaust. Vielleicht sollte ich es auch mal in der Kommentarleiste markieren. Äh, naja. Genau. Würde es mich freuen, wenn du mal vorbeikommst, mal in den Chat schreibst oder vielleicht magst du mir auch dazu gucken. Naja, gut. Guti. Ich bedanke mich. Hab's noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen oder einen wunderschönen guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Euer Teddy. Tüdelü. Ciao. Ciao, ciao. Tüdelü. Diese Show konnte ich jetzt nicht so stehen lassen, sonst hat sich richtig traurig angehört. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020